Hier sieht man, wie unglaublich verschmust unser großer Kuschelbär der Riki ist. Die Eva kennt ihn natürlich von Welpenalter an und liebt ihn auch über alles. Aber an sich muss man sagen, jeder der den Riki kennengelernt hat, verliebt sich in diesen wunderbaren Hund. Aber nicht viele hier haben die Möglichkeit, so einen großen Hund wie den Riki auch zu halten. Er hat über 30 Kilo, er ist auch schon kastriert. Und ja, bräuchte wie gesagt einen Menschen, eine Familie, die sich mit ihm beschäftigt, die dafür sorgt, dass er genug Bewegung hat, trotz seiner motorischen Einschränkungen. Genau, schaut ihn euch an. Ich glaube, da geht einem wirklich das Herz auf.